Mit dem Handy Store können Sie nur die Noten kaufen, die Sie brauchen, vielleicht nur die Bratschenstimme eines Streichquartetts oder ein einzelnes Prälude von Chopin. Sie können auch Pakete wie sämtliche Beethoven-Klaviersonaten zum ermäßigten Preis kaufen. Um Noten für die App zu kaufen, kaufen Sie zuerst Credits. Hier unten links. Je größer die gekaufte Crediteinheit, desto geringer ist der Preis pro Credit. Als registrierter Kunde werden Sie gelegentlich über Sonderaktionen per E-Mail informiert. Schauen wir gemeinsam den Handy Store an. Die gewünschten Noten finden Sie beispielsweise über das Zugfeld. Geben wir zum Beispiel Mozart-Konzert ein. Und jetzt können wir filtern nach Komponisten, Besetzung, Epoche, Schwierigkeitsgrad oder sogar Autor. Und wir finden zum Beispiel nur Klavierkonzerte. Und von Wolfgang Aberdeus Mozart, nicht von seinem Sohn Franz Zaver. Und nehmen wir zum Beispiel dieses Konzert KV 482. Wir können dann die gesamte Partitur kaufen. Bei anderen hätten wir die Möglichkeit, die Partitur zu kaufen, Klavierpartitur oder sogar nur für Soloklavier. Diese Noten habe ich schon für dieses Konzert gekauft. Ich kann es anklicken. Und jetzt bin ich zurück in der Library. Und in der Library können wir genauso suchen wie im Handy Store. Ich suche nach 491 und das ist das C-Moll-Klavierkonzert. Sie können Einzeltitel aus dem Speicher Ihres Gerätes entfernen. Einfach den Titel schnell nach links ziehen. Keine Sorge, alles bleibt in der Cloud. Sogar Ihre eigenen Annotationen werden in der Cloud gespeichert. Das Cloud-Icon antippen und gleich werden die Noten wieder auf Ihrem Gerät sein. Bei Tippen auf das Informationssymbol bekommen Sie grundsätzliche Informationen über jedes Stück. Sie finden Noten in Ihrer Bibliothek genau wie im Store durch Suchen und Filter. Mit Tippen auf das Feld Playlists können Sie sich die von Ihnen erstellten Playlists anzeigen lassen. Dieses Feature zeige ich Ihnen in einem anderen Video. Wir glauben, Sie werden von der Flexibilität des Handy Store und der Bibliothek begeistert sein. Mit den vielen Features ist es einfach, Ihre Notensammlung zu erweitern und zu organisieren. Viel Spaß beim Üben! Vielen Dank!